Hallo, ich bin der Legendenkiller und ich zeige euch heute, wie ihr die Trophäe volle Kontrolle bekommt. Dazu müsst ihr einfach im Karrieremenü R1 drücken, dass ihr auf den Reiter Mannschaften kommt und dann dürft ihr nicht X drücken, um auf Teammanagement und Formation zu gehen, sondern ihr müsst einfach nur den rechten Halogstick, so wie hier im Video zu sehen ist, hin und her bewegen und dann müsst ihr warten, bis ihr die Trophäe bekommt. Kann auch sein, dass es bei euch so verpackt ist wie bei mir, dann müsst ihr hier rechts auf Formation, wo Formation steht und da den rechten Stick bewegen und dann bekommt ihr die Trophäe. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein!